Ja. Ja. So. Nummer 1. Robert Piotrkowitsch. Nein, er muss halt... Ach so, sag raus. Robert Piotrkowitsch. Genau, so geht's mir auch. Ach so, wie heißt er denn? Robert Piotrkowitsch. Robert Piotrkowitsch. Und das ist? Der Korst Wetterau. Dritter Platz. Dritte Startnummer. Die Plätze machen hoffentlich... Alexander Kirschke. Und die Nummer 4. Die Nummer 4. Unser Schweizer. Phil von Kenner. Kenner. Nummer 5. Auch ein Schweizer. Patrick Thur. Startnummer 6. David Wallet. Startnummer 7. Der David Hoffmann. Die Nummer 5. Die Nummer 5. Die Nummer 5. Herbert Appetieren. Weiß der Nummer 5. Startnummer 7. Victor Krauss. Startnummer 9. David Hoffmann. Statt Nr. 10 Mario van Stilneberg Statt Nr. 12 Marvin Nagelblum Statt Nr. 13 Paul Polocek Statt Nr. 14 Statt Nr. 14 Statt Nr. 14 Statt Nr. 14 Statt Nr. 15 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 Vielen Dank.